Kurze Warnung, das wird schräger als sonst, ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich hab dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Ich habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft. Eine Berühmtheit. Wie in diesem Film. Diesem Gefängnisfilm. Wie ist er noch gleich? Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild. Es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer. Und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal, manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus. Und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Ist da jemand? FEDERAL BUREAU OF CONTROL Jahrelang habe ich dich gesucht. Und hier sind sie. Direkt vor meinen Augen. Ich bin hier. Hallo? Hey! Entschuldigung! Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeister-Assistentin. Du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen... Es gibt Arbeit für die Acht. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Achti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stellt ihr vor? Ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Meine Zelle und das Poster. Ich war elf, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Trauige Musik Sprecher du mit dem Untertitelungsverlust Ausgleich die ZDF, 2021 Ausgleich die ZDF-2-2- zakspace-zureißen. Ausgleich die ZDF, 2020 Ausgleich die ZDF, 2021 Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Die Behörde ihn geschnappt. Wie soll sie aufheben, die Mordwaffe? Echt? Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWI, gewandelten Weltereignissen. Störungen unserer vermeintlichen Realität. So, die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt, der hat gewonnen. Seht ihr das an? So, wie soll sie sich eine Mordwaffe beten? So, wie soll sie sich in die Kirche schlafen? So, wie soll sie eine Mordwaffe gemacht werden? So, wie soll sie einen Mordwaffe tun? Die selbe Waffe. So, jetzt habe ich eine 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 Waffe. Das ist der Wettbewerb. Das ist eine große Herausforderung. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Können Sie mich hören? Gehören Sie zu uns? Zur Behörde? Sind Sie noch bei Verstand? Was bin ich froh, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jessie Faden. Nur zu Besuch her. Ich hätte lügen sollen. Oh shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment, wir kommen raus! Direktorin Faden? Nennt mich Jessie. Okay, Jessie. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem... Und ich weiß, das klingt verrückt. Er scheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern, das Zwischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre. Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach. Ich kann nicht mal... Ach, Jessie. Ich habe eine Million Fragen und du bestimmt eine Million mehr. Wie zum Beispiel? Kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst, kannst du vielleicht auch die vom Zischen besessenen, also die Infizierten heilen. Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihre Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Okay, bist du dabei? Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Ich meine, wenn du da einen Teil aufgehört. Ich bin das vor. Ich bin es nochmal vertrieben. Ich bin es langsam. Es ist immer nicht faszinierend. Ich bin es nicht so. Ich bin es sonst. Okay. Ich bin es noch. Ich bin es einfach. Egoh! Egoh! Schum, ich schum, dich! Es hat nicht geklappt. Das Zwischensitz zu tief. Es Ihnen herauszureißen, zerstört Sie. Ich kann Sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jessie. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörden einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ja noch nicht von Dylan und dem Rast erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero. Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Kaspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HAV, Heteronresonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench. Der Geist oder was auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagte, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay. Das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HAV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten. Aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben. Ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Und zusehen zu müssen, Ich weiß, das ist alles neu für dich. Also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Hotline sollte in der Kommunikationsabteilung sein. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Okay. Das war's für heute. Da ist sie wieder. Unsere Willkommensnachricht. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Emily sagte, Das war's für heute. 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 Das war's für heute.